ARD Text im Auftrag von Funk Hi, Sie wünschen bitte? Grüß Gott, ich hätte gerne ein Leberkäsebrätle und einen Kartoffelsalat. Tut mir leid, sowas haben wir nicht. Wir haben Hamburger und sowas. Ich will aber Leberkäse. Wir haben normalen Maxi-Menü. Das ist doch immer das gleiche. Ist das der Chef da? Ja, ja. Dürft' ich mal mit ihm schwätzen? Sicher, äh... NICO! Kundschaft! Guten Tag. Aha, ich hätte gerne Leberkäse. Ne Leberkäse haben wir nicht. Ich diskutier mit Ihnen bestimmt nicht rum. Außerdem muss ich noch auf die S-Bahn und... Ha, was gucken Sie mich denn jetzt so unmöglich an? Ich hätte jetzt schon gerne so langsam ein Fleischkäsebrätle. Die S-Bahn wartet nicht. Ich muss noch zu Hause zum Jetta-Club treffen und der Klaus hat auch schon angerufen. Ich fahr Jetta, wissen Sie? Ich will bloß alles Leberkäse. Gegenüber gibt's ne Metzgerei. Regina! Wählen Sie doch was von unseren Menü-Tafeln aus! Riko, jetzt ist mir die S-Bahn gerade nervös. Was machen wir jetzt da, hä? Gar nix. Heideblitz! Kein Leberkäse! Ich sag Ihnen mal was. Wenn's Ihnen nicht passt, dann gehen Sie doch einfach wieder. Ich gehe aber nicht. Ich will aber Käse. Es gibt hier keinen Leberkäse. Nicht? Jetzt scheppert's gleich! Ich warte! Wir brauchen gar nix, Helli, so blöd! Gucken, habt ihr gehört? Hocket euch Helli wieder auf euren dicken Ärschel und euch ein! Hey, Herr Illmatz! Wo wollen Sie denn nähe? Da bleiben! Meine Frau, warte! Ich tue Ihnen doch gar nix! Es hat Sie ruhig Ihren Kebab! Gut! Zug fort! Chedda-Club h'n I auch verpasst! Und n Leberkäse krieg' I auch keinen! Nein, das ist das! Aua! Aua! Die Sorge ist aber auf Ergisicht! Herrgott, sag! Das Ding ist mir aus Verseid ruhiggegangen! Entschuldigung! Was ist jetzt mit meinem Laborkäse? Ja sicher. Regina, lass die Burger liegen.